Heute zeigen wir euch die Zahlen auf Deutsch von 1 bis 100. Los geht's! Jetzt zeigen wir euch die Zahlen von 1 bis 10. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gutes Versteck, Janusz. Jetzt nochmal langsam. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Cool. Jetzt zeigen wir euch die Zahlen von 10 bis 20. Bereit, Janusz? In den Zahlen 11 und 12 gibt es kein bestimmtes Muster, aber ab der Zahl 13 bis 19 seht ihr immer das gleiche Muster. Man sieht die 3 und die 10 und es wird kombiniert. Und die Zahl, die am Ende steht, die wird zuerst gesprochen. 3, 10, 4, 10, 5, 10. Jetzt zeigen wir euch, wie man im Deutschen die vollen Zehner bildet. Also die Zahlen 20, also die Zahlen 20, 30 und so weiter. Dafür nimmt man immer die erste Zahl, also die, die ihr auch von 1 bis 10 kennengelernt habt. Und man kombiniert sie mit zig. 20, 20, 30, 40, 40, 40, 50, 60, 70, 70, 80, 90, 100. Ihr seht, manchmal kombiniert man die ganze Zahl. Vier, zig, vier, zig. Manchmal gibt es jedoch auch eine Abkürzung dieser ganzen Zahl, nämlich 20. Man sagt nicht zweizig, sondern zwanzig. Man sagt auch nicht sechzig, sondern sechzig. Das klingt einfach besser im Deutschen. Wenn ihr noch mehr zu diesem Thema üben möchtet, dann laden wir euch ein, ein Mitglied von Easy German zu werden. Als Mitglied bekommt ihr jede Woche zwei interaktive Übungsblätter zu unseren Videos. Und diese Woche könnt ihr in unseren Übungen die Zahlen und auch die Schreibweise der verschiedenen Zahlen üben. Viel Spaß damit! Jetzt zeigen wir euch noch die Zahlen über 20, die keine vollen Zehner sind. Und hier zählt man im Deutschen etwas anders als in anderen Ländern. Ich sage zum Beispiel, ich bin siebenunddreißig Jahre alt. Siebenunddreißig. Hier hat man eine sieben und eine dreißig. Wir haben beide Zahlen gelernt. Siebenunddreißig. Und man kombiniert die Zahlen mit einem und. Ganz einfach. Siebenunddreißig. Das Interessante ist, dass man immer die hintere Zahl zuerst spricht. Siebenunddreißig. Sechsunddreißig. Fünfunddreißig. Vierundfünfzig. Siebenundachtzig. Neunundvierzig. Achtundachtzig. Einunddreißig. Dreiundachtzig. Neunundneunzig. Zwei Euro neunundvierzig. Ein Euro vierundfünfzig. Einundzwanzig Moskito-Bisse. Zweiundzwanzig Moskito-Bisse. Dreiundzwanzig Moskito-Bisse. Vierundzwanzig. Fünfundzwanzig. Sechsundzwanzig. Siebenundzwanzig. Achtundzwanzig. Neunundzwanzig Moskito-Bisse. Wenn ihr gerade anfangt, Deutsch zu lernen und noch mehr Videos sehen möchtet, dann subscribt unbedingt unseren Kanal. Jeden Mittwoch bringen wir ein Video in unserer Reihe Super Easy German raus, wo wir speziell Videos für Anfänger machen. Und wir haben auch eine ganze Playlist hier unten verlinkt, wo man Videos sehen kann für alle von euch, die gerade anfangen. Gerne laden wir euch auch ein, ein Mitglied zu werden von Easy German. Damit unterstützt ihr unsere Arbeit und gleichzeitig unterstützt ihr euer Deutschlernen und bekommt jede Woche Transkripte, Vokabellisten und viele interaktive Übungen. Tschüss und bis bald. Tschüss. Hey, ich bin zurück. Janusz? Fünfundneunzig. Sechsenundneunzig. Siebenundneunzig. Achtundneunzig. Neunundneunzig. Hundert. Hallo Schatz. Also. a